3 2 2 3 4 5 5 5 Feuer gebaut Feuer gebaut Ich habe für dich wieder eine Spinne gefangen Ich habe für dich ich weiß ja nicht wie man ruppeln tut ok ich hab nix gesagt ich hab da irgendwo dinge reingetan in ba 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 in paar verbände falls ihr die brauchst und zwar bloß stand oder was egal an der stand habe ich tatsächlich keine danke ich kann dir noch mal zwei geben ich habe noch sieben einstecken deswegen so ist er mit so viel du kennst dich ich kenne mich ja manchmal ja eigentlich nicht du kennst mich auch nicht ah ah tu na Mist dann kennt mich keiner ja ich hab nochmal zu ihr reingetan ok aber ich tu nochmal so ne rote pflanze gleich nochmal rein rote blüte hier auch gleich nochmal das fleisch oder brutze das fleisch besser gesagt feuer gemacht feuer gemacht feuer gemacht wir können einen trink trinken weil sie dann das fleisch brauchst kannst du dir dann runden nehmen brauche er noch ja essen brauchst du es ja jetzt nicht aber ich meine für später dann aber das ist ja noch nicht durch ja aber dann gleich reingetan du 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 nochmal speichern dass du wieder schlucken willst ist mir klar hey what are you doing here hey wait what what hey kid where are you where where am i hello do you remember how we got here mia where are you first contact is always difficult they're extremely weary i don't remember anything you you were calling to me i ran out of the tent and they have to be civilization is killing them and we don't even realize it maybe it would have been better if i just died mia i when the american colonization began the conquistadores brought their diseases here with them many tribes were wiped out and the rest moved even deeper into the jungle chief queenie went on and on about whole generations of his ancestors being decimated until they received a gift from the jungle and me naively i assured them about our good intentions they trusted us embraced us embraced us as their own they even they even share their secret with us dios what have we done i just wanna jake come in please i need you mia wait i'm here hello jake please i can't live without you mia is it really you what happened are you safe i'm safe trust me tell me what happened to you i was losing it trying to contact you i was hoping you could tell me that you called me in the middle of the night and i i ran out to look for you and all i remember is running and falling wait you fell that doesn't sound good okay okay um take it easy breathe do you know where you are i i have no idea can you give me some clue as to your whereabouts can you give me some clue as to your whereabouts landmark or something found a map it's half burnt but there's a location marked on it lambda 2 not sure what it is do you no i don't think so can you get there well i won't try you tell me left me mia come again you're breaking up without oh hope mia mia oh fuck battery's dead battery is dead okay 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 Das war's für heute. Hallo Mia, wie ist die Misch? Das bedeutet, dass du in unserer Tent bist? Du wißt, dass ich sicher bin. Ich habe bereits gesagt, nicht die Batterie. Ich werde dort, wo du mich benötigst. Okay, das machen wir. Over und Out. Okay. Hey Mia, was ich hier gefunden habe? Ja, was ist das? Es ist verabschied, aber ich habe ein paar Worte verbrühten, die nicht in der Tribüne verbrühten. Diese kommen aus der Böden, sieht man aus. Sie sind sicher, dass wir hier nicht noch nie waren? Die Tribüne Angst, dass unser Welt, aber sie niemals verbrühten würden. Sie wissen, dass wir nicht der Worte sind. Sie denken, dass es jemand anderes gibt, nicht wahr? Ich... ich weiß nicht, aber... ich mag das überhaupt nicht. Es ist einfach, wenn Sie jemanden sehen. Mia, gibt es noch etwas, was Sie sagen können, über meine Verkaufnahme? Lieber, ich weiß so wenig wie Sie. Ich weiß, aber... ich war... ich war von etwas. Ich... ich weiß nicht, wie Sie helfen können. Einfach... mach was es, um zu überleben, okay? Ihre Erinnerungen, vielleicht zurück zu sein. Ja, vielleicht bist du richtig. Über und aus. Mia, einfach vor dem Exzent, haben Sie mich in der Mitte der Nacht... was ist. Ich... mein Lampen � um sie es. Ich bin geos. Nein, komm mal! Sie überrascht wurden. Was ist. Was ist? Ich weiß... ich empfinde. Ich bin froh! Nööööö Wer mal aggressiv Nööööö Uh.. I drank ayahuasca It helped me remember our first days here When you went to the village What..? Jake! Don't ever do that again, it's dangerous Besides Not all you see under its influence is true But.. Did you get to the village by boat? Yes And you did take part in the ritual Das ändert nichts. Ich... Ich bin Angst, was du sehen kannst. Nur zurück zu mir, bitte. Ich lasse das Vergangen. Ich versuche, aber ich muss wissen, was passiert. Mia? Mia? Mia... Ich bin ein Tribal-Warrior. Ihre Sprache klingt... strange. Was ist passiert? Er hat mich. Oh mein Gott, bist du okay? Ich habe ihn, Mia. Ich musste. Ich habe nie... Mia... Wir laufen nach Gefühl. Ich habe doch keins. Nicht? Nein, nein. Wenn, dann nur für dich. Da hinten ist so ein... Da hinten ist er schon zum Vortritt. Hoch noch? Nein. Mia ist nicht fremgegangen. Wo ist er gerade? Warte mal, guck mal. Hier bleibt er mal ein bisschen. Da hinten dürfen sie wieder drehen. Daaa. Hey, Mia. Ja. Ja,ja. Du bist so ein Rücken. 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 Was ist da? Was ist das? Es ist weg! Es abspливte sich... Jake,binja, um dich nicht mehr Sinn zu tun Wenn du zum Abend schlagst du? Geht es nicht, ich habe einen Weg durch Im Durchdicht Deine Hoffnung Ich werde nicht schlafen gehen. hauen einmal zu und du hast 100 bunten ja so war es bei mir ja auch drei bunten gleich gehabt ja 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 Vielen Dank.